Ein Mercedes-Benz C180 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 29.000 km. Die Erstanmeldung bei Ende 2013. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Einparkhilfe, Anhängerkupplung und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 156 PS an ein Automatikgetriebe ab. Für eine Besichtigung oder Probefahrt steht Ihnen das Fahrzeug jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017